Kommt euch dieses Bild bekannt vor? Das Werk mit dem Titel Japanische Brücke hängt in der National Gallery in London und wurde 1899 vom Impressionisten Claude Monet gemalt. Diese Epoche, welche an der Malerei ihren Ausgangspunkt fand und sich anschließend auf andere Kunstformen inklusive der Literatur übertrug, wollen wir uns in diesem Video anschauen. Viel Spaß! Der Impressionismus ist wie viele andere Literaturepochen der Moderne zuzuordnen und kann auf den Zeitraum zwischen 1880 und 1910 eingegrenzt werden. Geprägt war diese Zeit durch eine fortschreitende Industrialisierung und Urbanisierung, die zur Entstehung neuer Gesellschaftsschichten wie der Arbeiterklasse und einem hektischen Großstadtleben führten. Es gab große technische und wissenschaftliche Errungenschaften, wodurch sich das Leben vieler Menschen radikal veränderte. Außerdem war die politische Situation angespannt. Es gab in Europa viele nationalistische Bestrebungen, deren ausufernde Spannungen 1914 in den Ersten Weltkrieg eskalierten. Die von Ausbeutung, Leid und Tod geprägte Zeit wurden von den Strömungen der Moderne unterschiedlich verarbeitet. Während der Naturalismus die harte Realität und die grausame Wirklichkeit sachlich und sozialkritisch abbilden wollte, widersetzte sich der Impressionismus dieser Objektivität. Die Autoren des Impressionismus waren in ihren Werken unpolitisch und konzentrierten sich auf das Abbilden von subjektiven Wahrnehmungen in bestimmten Augenblicken. Ihnen ging es in einer immer schnelllebigen Gesellschaft darum, flüchtige Momente einzufangen und zu konservieren. Gemäß dem Namen der Strömung Impressio, abgeleitet aus dem Französischen für Eindruck, stehen Momentaufnahmen im Vordergrund. Eine realistische Darstellung wurde dabei mit der persönlichen Sicht des Künstlers gleichgesetzt. Fokus war also, was der Autor in diesem Moment sah und fühlte. Im Impressionismus gab es also keine objektive Abbildung der Wirklichkeit. Bestimmte Themen waren dabei die Natur, welche als Sinnbild von Friedlichkeit und Rückbesinnung dargestellt wurde und ihr Gegenbild, die Großstadt mitsamt allen neuen Sinnes eindrücken und den kleinen Momenten des alltäglichen Lebens. Zwischen diesen Kontrasten wurde auch das einzelne Individuum mit seinen persönlichen Empfindungen thematisiert. Darüber hinaus erfreuten sich auch ästhetische Elemente wie Farb- und Lichtmotive großer Beliebtheit, was eine Brücke zur Malerei schlug. Um Momente und Eindrücke bestmöglich abzubilden, eignen sich besonders kurze Textformen. Die Impressionisten verfassten Gedichte und kurze epische Texte wie Novellen oder Tagebucheinträge, in dem der Verfasser einen inneren Monolog führte. In der Dramatik waren überwiegend Einakter zu finden, also kurze Bühnenstücke, in denen es nur einen einzigen Akt gibt und die auch als Dramolett bezeichnet werden. In all diesen Werken wird die Subjektivität des Impressionismus durch einen Ich-Erzähler zum Ausdruck gebracht. Ergänzt wird dieser durch rhetorische Mittel zur Beschreibung von Sinneseindrücken wie die Onomatopoesie, also die Lautmalerei oder auch die Synesthesie, bei der verschiedene Sinneseindrücke miteinander verbunden werden. Zusätzlich sind Metaphern sowie Wortschöpfungen und Zusammensetzungen zu finden. Die Kürze des wahrgenommenen Moments wird durch den im Naturalismus entstandenen Sekundenstil untermauert, dass es eine Technik, bei der Eindrücke und Sinneswahrnehmungen sekundengenau wiedergegeben werden, also sozusagen genau so, wie sie das lyrische Ich gerade erlebt. Die bekanntesten Autoren des Impressionismus waren Rainer Maria Rilke mit seinen Werken Das Buch der Bilder und Das Stundenbuch und Arthur Schnitzler mit seiner Novell Leutnant Gustl. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Der Impressionismus als Strömung der Moderne ist in die Zeit von 1880 bis 1910 einzuordnen. Historisch ist diese Zeit geprägt von Urbanisierung und Industrialisierung sowie politischen Spannungen, die im Ersten Weltkrieg gipfelten. Die Impressionisten konzentrierten sich in ihrer unpolitischen Literatur auf die Sinneseindrücke und Wahrnehmungen im Augenblick, welche durch den Sekundenstil sowie Licht- und Farbmotive literarisch zum Ausdruck gebracht wurde. Vorherrschend waren kurze Textformen wie Novellen, Tagebucheinträge oder Einakter. Wenn euch unser heutiges Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Rückmeldung da und abonniert unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.